Oh! 0! Wie viel? Eintritt? Und oben! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online! Ja meine Freunde, die üblichen Verdächtigen sind auch vorher mit dabei und wir starten den Jobvergeltung. Finde Waffen auf der Karte und eliminiere deine Gegner. Sollen wir das als Deathmatch machen? Dass wir alle gegen alle? Ja Team Deathmatch! Achso, vielleicht treffe ich da noch einen. Wobei, da wirst du ganz schön über den Raufen geschossen. Bei so vielen Leuten. Also mir ist egal, aber... Ja mach ruhig. Mach das Match. Ich bin kugelsicher. Wer steckt mich in der Kugelsicher? Ich hab den Terminator-Modus an. Ravano ist ein kugelsicherer Jugendlicher. Alles klar. Ey, warum legst du schon wieder irgendwelche Partys? Ich lade doch jemand ein. 183. Ich hab's wieder geschlossen gemacht. Ich hab's wieder geschlossen gemacht. Dann kann nichts passieren. Wo ist denn da eingeladen? Ich hab den... Der hat schon wieder verlassen. Ich hab ihn rausgeschmissen. Passt schon. Er hat schon wieder verlassen. Freiwillig. Ja, ja, ja. Ich hab auch ausgeworfen. Bereit zum... Bereit zum Spielen. Okay. Breit zum Spielen? Haben wir nur Pistole wieder, ne? Breit? Nein. Bin auch breit. Nee, da steht hier Findewaffen auf der Karte und eliminiertere. Also nicht... Nicht Habewaffen. Ja. Oh, jetzt muss ich ja wieder umdenken hier. Tastatur. So. Mann, er guckt so böse. Was ist denn los mit dir? Meiner guckt total erschrocken. Jetzt schon kein Bock. Er hat ne Pistole gesehen. Ich hab ne Knarre. Habt ihr auch. Oh, ich auch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Denkt dran den Schildermodus, ne? Ich sag ja, wenn ich jetzt aufnehmbare oder Dings machen würde, dann hätten wir... Ach, hier liegen trotzdem welche. Ach, ne. Hier sind nur Knarren. Irgendeiner schon. Natürlich denn hier nur Knarren, sagt das Mensch. Nur Pistolen. Ne, nur Pistolen meine ich. Ja, verstehst du es nicht? Soll ich euch dann mit einer Panzerfaust killen oder was? Wir sind nur Knarren. Ja, nur Pistolen. Ja. Ich dachte, hier wären alle Waffen frei. Bailando, bailando. Amigos, adios. Adios. Warum starte ich denn auf dem Dach? Das ist doch zum Kötzen. Ich hab mich grad selbst umgebracht fast. Oh. Ne, ist kacke. In der Ego-Perspektive vom Dach... Ne, ist kacke. Oh, da überfahre ich den Chris einfach. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Leider nicht. Wann der auch Rennweiler? Hallo. Auszeichnung. Sensenmann. Wie the fuck ist das? Der spielt ja schon wieder. Alles klar. Gabax übertreibt mal wieder. Gabax selbst... Boah, Alter, der hat mich aber auch geblendet. Nö, nö. Ach, Chris... Ne, Chris war das. Ach, du bist jetzt hier... Aha, 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 okay. Du machst hier jetzt... Du hast halt einfach abgesahnt. Richtig. Waffen sind mir zu langweilig. Hey, 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 hey. Und Aced ist der Nächste... Oh, nein! Was? Was ist jetzt zu langweilig? Ah. Waffen sind mir zu langweilig. Ah, ha, 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 ha. Komplett umgefahren. Aced, jetzt schaust du echt mit dem Auto rum? Ja, der holt sich die ganze Zeit in den Autos. Naja, Auto würde ich das nicht nennen, aber okay. Eigentlich ist es eher so ein... Uuuuh. Ey, wenn ich dich erwische, ne, Gabax, dann schieß ich die am Platten. Ah, ah, du hast mir die Nase gebrochen. Oh, komm. Nein! Nein! Ha! Noob! Ha! Oh, ich hab auch geschossen, Mann! Oh, das gibt's doch noch nicht. Das hasse ich an, Deathmatch. Du musst dir von allen Seiten weggeballern, da spawnt er hinter mir also. Ich bin voll in die Eier geschossen, der läuft immer noch. Mann, die Eier haben immer weh. Ha! Ja, man kann's halt niemanden mit allen recht machen, das ist das Problem. Der Gabax, der hockt immer nur in seinem Scheiß, oder? Nein, tu ich nicht. Ach, komm, ich hab auch geschossen. Ja! 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 Versteh die Frage nicht. Mann, ich werd hier nur noch abgemurkst. Kugel dich von hinten in den Schädel, durch den Schädel, dann auch wieder raus. Alter, was bin ich denn für verschissen auf Schütze? Au, au, au. So, hier lag doch rein. Ja, gar nicht, was? Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Was meinst du? Sag dir, hier lag doch rein. Das war's hot. Was? Oh, das war's hot. Sieh auf, Mann! Na? Krieg ich den nicht. Guck doch mal Buse. Nein! Alter, wer schießt da auf mich? Alter! Derf mich nicht. Das gibt's, ey, das ist so kosten, ey. Ich schieß 100 Mal drauf, er schießt einmal. Ey, jetzt werde ich irgendwo zwei Seiten nach. Du musst auf den Kopf schießen, Rivano. Ja, aber wenn er läuft, ist es schwierig. Doch so. Aua! Er läuft, ist es schwierig? Ja, wenn er wegläuft, dann ist es schwierig im Kopf zu ziehen. Du kannst aber auch nicht verlangen, dass alle stehen bleiben. Erschieß mich, Rivano! Chris! Was war's? Ich hab's kein Problem. Oh, der war... Alter, der war richtig godlike. Ach, das ist doch kacke, ey. Das ist doch... Ich schieb halt voll drauf und er macht immer buff tot. Das ist doch unmöglich, oder? Wenn das jemand sieht, ich habe keinen... Oh, trifft doch, der lädt danach. Hier ist hier so Quatsch. Niederlage ist ja... Oh, was... 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 Kampfrolle. Warum stirbt denn nicht? Warum ist denn... wo ist denn hier Kampfrolle? Nein, nein, von wo? Ah! Ja, Tester. Jetzt hab ich ein... Boah, dieser Chris-Play. Oh, Alter. Eure Waffen, die sind doch krank, ey. Okay, man verlernt das also nicht. Was verlernt? Hm? Shooter. Aua. Aua. Oh, da oben. Helm. Fuck. Das war jetzt... Da hab ich ihm voll ins Gesicht geschlagen. Das war jetzt die Rache für... das war jetzt die Rache für heute Survive, wa? Ach, yo. Dieses Drecksding. Na komm raus. Aus deiner Ecke. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Das kommt raus. Ja. Du Drecksack. Da kämpft der da oben, Alter. Ach, ich kann... Mann, ich wollte hier... Ja, ist klar, da steht es immer noch. Alter. Oh, fuck. Rivano. Ach, dieser Cyber, der ist ganz schön... Nein! Das ist auch ein Headshot, Alter. Das ist acid. Das ist acid. Weil es wird nicht mehr... Exit. Exit. Angel. Ja. Stopp jetzt, du Ratte. Hab. Nix da. Och. Ey, wieder von hinten. Von was? Von oben! Ich hab dich doch in grad erst getötet. Ja, ich bin aber auf derselben Stelle wieder... Stelle. Dasselbe Stelle wieder gespawnt. Ihr könnt alle schon nicht mehr reden. Der da ist immer wieder gespawn. Ich bin jetzt noch in meiner Sammlung verwarrn. Wah-oh-oh-oh-oh! Nauck! Oh, Mann, Noxie! Geh rauf! Von Crissler weggeballert. Was sagt der eigentlich Crissler? Was sagt der eigentlich das Publikum? Keine Ahnung. Was haben wir denn? Publikum! Nein... Ich kann es nicht offen haben, doch meine Rechner schafft es, aber meine Internetleitung schafft das nicht. Wo ist denn hier eigentlich? Wie kommt man denn? Ich will Waffe! Ui, ich steht ein Fahrrad! Nein! Du hast erst gehauen! Ich komme hier nicht weg! Onkel, das ist häusliche Gewalt, ich zeig dich an. Alter, was machst du? Ich will weg, ich will weg, ich will weg! Ich will weg, ich will weg. Mama hat gesagt, wenn ich bin, ich werde dich frei. Ja, Max! Nein, du Dresser! Warum spawnt ihr jedes Mal hinter mir? Das geht mir auf den Sack. Bin ich hinter dir, ich bin vor dir gespawnt. Hoch die Hände, Wochenende! Was zum Teufel macht meiner? Ich kletter zum Onkel hoch und lass mich erschlagen. Alter, was findet denn da oben? Na, kommt man hier nicht hoch? Ach, ist das herrlich. Mitten in der Head, Alter. Mitten in der Head, Junge! Mitten in der Head! In the Head! Da liegt Geld rum, cool. Ja, Geld. Einzige Problem, was du hier hast, ist Geld. Das lag da rum, ich hab's aufgesammelt. Das lag da, Junge. Ey, nein! Nein! Scheiße! Du, du! Du hast mir mein Medikit geklaut! Das war meins. Mein Helmbo. Ich jage grad. Einzige. Hast du Lizenz drauf gehabt, ne? Ach, wo denn? Schön! Ja, hinten im Rücken! Verpiss dich jetzt! Der Sport hier die ganze Zeit bei mir! Kann ich da nix für! Auf'n Sack! Der hat grad gesungen, er sing... Äh, er kämpft mit dem Kepler. Äh. Ja, ich hab den hier. Scheiße! Ich bin leider gestorben. Der Gaber ist aus dem Händler auf mich geschossen. Wow! Nein! Geht, sterben! Nur Lust! Nein! So! Nein! Das macht so Spaß! Okay. Okay, du radde! Hoppiff! Ja, von wo? Piesel dich vorm Fernseher! Weg! Ja, klar! Von fünf Seiten! Ey, ich hab so gut angefangen und so schlagen haben gelassen! Hehehe! Nein, du hast schwach angefangen und dann hast du schlagen nachgelassen! Sack! Wie geht das? Ey, einfach mal rangehen und dann kannst du schlagen! Ah! Ja! Oh, ey! Wieder hinter mir, wa? Ey, das ist doch... Ey, das geht mir so auf den Sack! Die ganze Zeit guck ich hinter mir... Wow! Alter! Onkel! Gut geschossen! Ich hab dich gesehen! Ich hab da auch geschossen! Du kleiner Drecksack! Warn, ich hab auf deinen Rock geschossen! Die ganze Zeit auf die scheiß Karte gucken, ob jemand hinter dir ist! Ich wollte deinen Rock dich lächern! Damit man mal was sieht! Nein! Der Helm hat wieder... Ah, sehr schwach! Gut getroffen! Ja, ist klar! Boah! Von wo werd ich denn überall angeschossen? Äh, ich falle! Alter Onkel, mach die übelste Spagatrollen und alles! Damit er ja nicht stirbt! Spagatrollen, wenn man an Handstand! Und schießt noch! Äh... Also mit Pistol ist das nicht mein Ding! Ganz ehrlich! Jetzt geh doch, stirb doch! Jetzt geh doch, stirb doch! Jetzt geh doch, stirb doch! Nein! Ey, der Helm hat mich ausgenockt! Der kam einfach aus! Der hat mich voll auf die Lachen! Der hat mich voll auf die Lachen! Warte mal, verdammt nochmal! So, geh drauf! So, so! Nein! Geh drauf! Rache! Das letzte, was ich sah, war der Lauf! Mein Gesicht! Der 9mm! Ah, leck mich! Hat mir das Magazin durchs Gesicht gedrückt! Ach, jetzt komm, jetzt geht den! Au, dankeschön! Wer war das? Oh, dankeschön! Das war Paddy! Oh, au! Alter! Alter, was macht ihr denn hier? Versammlung oder was? Verdammt! Das war haupt zu! Oh, Paddy! Denk mich doch! Quizplay, du Sau! Da hin! Oh! Nullen! Hier viel! Ah! Von oben! Ah! Geil! Aus der Luft! Voll die Sau! Krass! Nein! Der hat mich gehauen zum Kotzen! Nein! Ich komm an diese Scheiß, ähm, Rüstung nicht ran! Und schießt die auf die Fahrer! Ich wollte dich da nur abholen! Wow! Hab ich die auch? Nein! Ich bin froh, ey! Ich hab einen Kille! Ich bin echt durch! Ein Stückchen höher, ey! Alter! Ich töte! Ich wollte den Onkel abkennen und dann kommt der da! Weiß er! Alter! Von hinten! Shit! Alter! Ich töte! Kommt einfach und haut mir einen rein! Wo schlägt man eigentlich? Welche Taste? Oh! Verdammt! Gabax! Was denn? Alter! Ey! 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 Ich treff! Alter Schwede! Alter! Ich töte auch nicht! Auch Rivano, ey! Ja! Ich versuch die zu töten! Ja, ich merk's! Ah! Cyber Asset, ich hab das schon erledigt! Ja! Jetzt versuch ich gerade... Wer spawnt denn da? Spawnt? Der Rivano! Das Spawnt... Das Spawnt Bob! Das Spawnt Bob! Ach! Nein! Von unten links, ey! Rivano, bleib stehen! Lass dich töten! Nein! Ich bin schon eine Million mal gestorben! Nein! Hahaha! Ich lass mich nicht von Heino töten! Mann! Mach einfach ein Spagat vor dir! Oh! Wieder am Rechte! Äh... Boah! Das gibt's gar nicht! Der Onkel ist kugelsicher! Ja! Boah! Was denn? Wow! Fuck! Alter! Wenn der Ding verhandelt! Wollte ich in die Fresse hauen, dann abknallen! Nein! Nein! Er hat sich rumgefahren! Er hat sich rumgefahren! Oh geil! Oh geil! Scheiße! Das gibt's doch nicht! Ohhhh! Ist das nicht die Schießentaste? Voll am Versagen hier Leute! Also ich bin der beste Schütze hier! Aber ich bin die Striche schneller! Der beste Danebenschütze! Oh fuck! Ja! Boah! Geil! Spiel nicht erfüllt! Erzähle mindestens doppelt so viele Kills wie Tode! Boah! Boah! Also wie viele... Wie viele Spieler gibt's hier eigentlich ungefähr, die das so online zocken? Leider 17! Wahrscheinlich 20, 30.000 oder? Nein! Das ist nicht voll! Was ist denn das für eine blöde Frage? Ja, weil ich doch dann der siebte bin von den 20.000, die spielen da gar nicht so schlecht! Achso! Ja! Genau! Redest dir ein! Ja! Ich hab einen getötet! Und das nur mit großer Not und Mühe! Oh! Falscher Knopf! Nix wie raus hier! Tode! 17 Mal! Nix wie raus! Ah, da war ich aber nicht der Schlechteste! Papa Helmut! Ich war der Beste! Und da kam... Okay, da mach ich jetzt so... Da mach ich jetzt als nächstes bei dem Deathmatch feste und aufnehmbare! Wir sind immer noch, äh... Was jetzt? Was ist denn... Was ist denn Zorn? Was ist das denn für ein Gewitter? Okay! War gut aus! Ja, sind sie gleich alle drauf! Aber dann mach bitte, äh... Alle Waffen an und nicht nur Pistol! Das ist nicht... Ich habe gesagt, feste und aufnehmbare! Meine eigenen Waffen will ich nicht benutzen, weil ich dann tendiere dazu, die... Imbau Waffen zu nehmen! Das habe ich keinen Bock drauf! Weil ich dann immer denke, ich... Äh... Was... Was... Was soll ich mit den leichten Waffen? Das ist komisch! Ich mach das schon so, dass wir mehr Waffen haben, aber nicht der eigenen! Weil sonst ist das ein bisschen scheiße für euch! Ja, aber jedes Mal die gleiche Waffe ist ja auch gut eigentlich für jeden! Weil dann ist es fair, ne? Ich hätte gern die... Aber man kann die ja auch wechseln! Man muss ja nicht immer... Genau jetzt steht da zum Beispiel... Ich mach jetzt feste und aufnehmbare! Ne, die kann man leider nicht weg! So, und dann kannst du ja... Ähm, warte! Quiz! Guck mal, ob du ein paar Kommentare hast! Vielleicht wollen die auch irgendwas sehen? Spezielles? Hast du keinen Kommentar? Nö! Machen wir jetzt Team Deathmatch oder... Schreibt doch bitte einen Kommentar! Schreibt doch bitte einen Kommentar! Hast du schon Werbung auf Facebook und so? Hallo? Nö! 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 Ja! Mit Verkehr bitte! Rewano zählt 8x! Ne! Wob er richtig fahren muss! Und nicht nur... Hier so... Rampenpups! Hast du keine Geld? Viele Rampen fahren fahren! Maximale Gelde! Maximale Gelde! Achso ja! Maximale Gelde! Kein maximale Gelde! Und du musst Geduld haben bitte! Hast du Geduld, ja? Geduld! Und Zeit verhindern! Getillt! Getillt! Das haben wir getillt! Getillt! Was ist denn das jetzt überhaupt schon wieder Team Deathmatch? Oder... Oh jetzt... Oh! Oh Sturmgewehr! Gabak, du hörst uns einfach nicht zu! So! Wer will zuerst sterben? Wer will zuerst sterben? Wer ist bei mir im Team? Ja! Ich! Ich! Hallo! Genes! Wow! Alter! Alter! Alles klar! Was? Kannst du mal mal stillhalten? Oh man! Onkel des First Encounter! Ach das sind Zivilisten oder? Ich hab die ganze Zeit auf einen geballert im Auto! Da ist aber keiner! Der ist kein Zivilist! Der will sterben! Alter! Au! 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 Ich quäl mir die ganze Map! Jawohl! Au! Nicht nix deutsch! Was du sag ich? Maximal! Und keine Geld! Au! 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 Oh das stimmt doch! Au! Au! Wer schmeißt denn da Granaten? Wie kann man den Granaten machen? Oh! Was war denn das? Ich äh... Frage! Also der Nächste der mir überm Weg läuft, der hat killen sollen! Hallo! Was war denn das Alter? Ich bin jetzt hier gestolpert! Oh! Ich auch! Ich bin hingefallen! Dann ist ne Auto über mich gefahren! Alter ich treff ja gar nicht! Bei einmal! Jetzt willkommen bei freekill.org! Bitte! Ich treff gar nichts! Wie kann man Granaten werfen? Ja! Wenn du welche hast! Wie kann man Granaten werfen? Achso! Mit der Ja-Taste! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich hab nix! Onkel! Wie kannst du? Ich war unbewaffnet! Das machen die extra liebe Leute! Die wollen eigentlich die Siegeschance geben! Ja! Onkel! Ich war unbewaffnet und habe Brille! Was? Nein! Nein! Verdammt bin ich blöd! Der kommt ja! Der kommt ja! Der kommt ja vor mir! Vor mir angeflorene Chris! Bist du blöd! Ich hab loll! Ich wurde im Auto weggelebt! Er kommt um die Ecke und gibt mir sofort ne Headshot! Ja! Ja! Weißt du, du wolltest du unbedingt, du wolltest du unbedingt, äh, schwerere Waffen! Jetzt hast du jetzt! Onkel Huppel! Ich wollte kein Schwer! Auf ihn! Wer jetzt? Er ist es! Und jetzt, jetzt schießt man, äh, 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 äh! Oh, stirbt er? Ja, ne! Alter! Ich schwörs, ich hab dich getötet! Oh, ist das der Doppel! Was ist das halt grad? Also ich treff mit den Waffen überhaupt nix! Die Saumkulisse ist ab der Amno! Oh! Oh! Ich bin so blöd! Ich hab grad, ich bin grad im Laden rein und dann war da ein Spiegel und ich dachte, das ist ein Spieler und ich schieß voll drauf! Aber ich hab ein Spiegelbild! Oh, du Drecksack! Wer ist das? Noxi! Deine Mama! Was? Oh, hier ist Geldautomat! Fuck! Deine Mama trifft noch mehr! Iiiiihihi! Iiiihihi! Iiiihihi! Ich bin der nette Dikolaus! Ich hab dich getötet! Für den Sack hier! Außerdem guckt meine Mama zu, ja? Alter, warum sterben die nicht? Hallo Mutter von Rivalo! Wie geht's hier? Aber ich weiß nicht, ob ich schreiben kann! Also, äh, angemeldet! Oh, ah! Alles klar! Ja, die ist bei Twitch nicht angemeldet! Du, wenn du... Wenn du auf dieses... Hallo! Wenn du auf den... Ja, Rivalos interessiert doch keinen! Ja, ne! Wieso explodieren die? Stopp doch jetzt mal! Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit hier! Ja! Papa! Das sind die Richter von hinten immer! Das war die Wache! Ja, das war einfach gewollt! Alter! Ich hab grad die Führung abgegeben! Alter! Ich hab die... Ich hab die Kugel von hinten eingeführt! Ey, Papa! Boah, Alter! Dieser Träckse! Dieser Träckse! Boah! Dieser Träckse! Boah! Der Reifen kaputt! Wo schießt der denn her? Wo ist der Typ denn? Ich hab Onkel umgefahren... Oh Gott! Oh, ich hab Onkel umgefahren und auf einmal geht's hoch! Das war gar nicht Chris! Alter, mir fliegen die Kugeln in den Sian hier! Was? Der Typ! Ich hab grad unheimlich Hunger! Wahnsinn! Ja, bei mir gab's gar was zu füllen! Kommt! Kommt gerade richtig! Ey, ich hab auch gegessen, aber... Was steht das jetzt gerade? Nein, warum kann der sich nicht festhalten? Aua! Oha! Der Helmchen! Peace! Mhm, mhm! Mhm, mhm! Ich habe direkt hier... Ja! Der Helmchen? Ey, Wano hat mich getötet! Endlich hab ich mal was ordentliches in der Hand und schon läuft das, ey! Ja, Max! Alter! Ja, ja, ich werd schon mal von rechts erschossen! Oh Gott! Ja! Es läuft! Ich hab den Schuss in mir gespürt! Hehehe, auf mich doch! Lecker! Waaah! 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 So, der kommt hier raus aus der Karre wie Joby Lader! Und knallt mich über den Haufen! Wahnsinn! Ab sofort bin ich der Schläger! Alter! Ich bin nur noch der Schläger! Wie treff ich nix! Ich werd' der Schläger genannt! Ey, jetzt... Von hinten! Du bist so Sau! Nicht nett von dir, wenn du abkühlen kannst! Boah! Wir greifen immer gleich zwei, dann ist das hier! Schießen! Schießen! Alter, Leute! Ich werd' auch langsam läuft das hier! Vorher mit der Schüttel hab ich ja ganz verkackt! Aber jetzt... Läuft das hier? Wirst du nicht alles abgeknallt? Uhhh! Ne, ich hab schon ein wenigstum mehr getötet! So! Der Papa hab ich grad getötet! Da haben wir uns zu platt gefahren! Ja, ich roll hier über nem Platz. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr kleinen Kopf. Der Onkel, weißt du, das ist voll der App. Ja, aber ich treff dich ja auch nicht. Ich wurde erst angefahren und der Onkel gibt mir ne Gnadeschoß. Das ist ja nicht nett. Wirst du dich quälen? Ich war schwer verletzt. Ja, Onkel. Alter. Direkt ein Headshot. Ich hab den Papst. Ich hab den Papst. Der Onkel stirbt gar nicht. Ich hab die voll in die Fresse gehalten. Ja, ich weiß. Wo ist eigentlich Chris? Aber ich hab Mond aufgemacht, da ist die Kugel durch. Ja, der stirbt immer so oft, deswegen. Da hüllt sich grad ein Panzer, pass auf. Gabax, du bist der, der mich am meisten tötet. Ich wurde von hinten gerade erschossen. Ich glaube, ich muss dein Pferd aufnehmen. Ich glaube, ich muss dein Pferd aufnehmen. Dommer. Gabax. Ich holte es mal. Entschuldigung Onkel. Du warst grad so, du hast mich vorhin auch getötet. Wo ich winzelnd auf der Straße gelegen habe. Ich hab einfach rausgefunden, dass es nichts bringt, wenn man einfach bei euch ins Gefecht rennt. Du hast Gabax, ne? Von wie vielen Seiten denn hier? Alter! Von vorne, von hinten, von rechts. Ja, so hast du das Dach links. Ja, so hab ich's gern, genau. Ihr habt leider nur drei Löcher. Also jetzt als Charakter. Was? Der Gabax hat drei Löcher, Leute. Drei Löcher, wer bietet wer? Ja, wir hatten vier. Aber im Ohr geht's auch. Alles klar geht's auch. Ja! Chris! Scharfschützengewehr ist auf jeden Fall üblich kacke. Ich hab den Chris ge... Was? Scharfschützengewehr ist geil. Hat doch gar... Jetzt stirb doch mal, Alter. Ja, das passiert mir auch die ganze Zeit. Ja, das passiert mir auch die ganze Zeit. Ah, schon wieder von hinten. Gabax, das mit seinem Charakter sagt, klingt das falsch. Ich krieg's die ganze Zeit von hinten. Seid doch froh! Alter! Du hast mich auch von hinten erschossen. Du hast mich auch von hinten erschossen. Das ruhig gut. Ich hab dir von hinten die Geladung verpasst. Du... Alter, und? Was? Ich bin nicht alt. Alter, du bist alt. Ja, ist klar! Ich ballade dir ein ganzes Magazin ins Gesicht und passiert gar nichts. Nee, das war's. Oh, Mann! Das war ja mein Vorteil. Du hast keinen Vorteil. Du bist im Mittel. Der Noxy ist auf meiner Speisekarte. Alles klar. Hallo, Papa. Fuckin! Fuckin! Oh, du Drecksack! Aber, naja. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Finde ich dich toll! Nein! Böse, Chris! Böse! Oh, nein! Oh, nein! Oh, herrlich! Oh, der Noxy hat zu viel Call of Duty gespielt. Ja, das hat ja nichts mit Call of Duty zu tun, ja. Oh, doch! Eindeutig! Reflexe, Junge! Reflexe und nicht atmen! Schappen! Und nicht atmen! Nein! Mann, ich werde hier in einer Tour grad abbeballert, das mach! Kenn ich irgendwoher! Oh! Oh! Chris Zimmer ist... Ah! Der Helm hat sich gerecht! Der Helm hat sich gerecht! Der Helm hat sich gerecht! Nein! Alter, wie viel Life hast du denn? Oh Gott! Ah! 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 Alter, was ist denn los bei dir? Du hast nichts gemacht! Oh! Alter! Was gibt's doch auch nicht? Der klaut der mit den Kill! Oh! Das ist ja schämtlich! Warte mal. Das ist ein bisschen irgendwo. Auaauauauauauauaua! Definiere, definiere! Wo ist denn? Aaaaaaah! Amen! Ich hab dich auch interessiert, deles und hier bin ich Nachwuchs alt! Deuter T1000! Der 따nt sich einfach einer! Der schlugt oder Aah! Ouuuuuuuuu broadcasting hier einfach 2 kille! Stab noch meine Fresse! Wo 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 wo! Scheiße! Ja! Endlich hab ich j currently Fernandoのでignett Kirche Israel! Was? Da kam ein Baum. Was ist das Röckchen ab? Ja, der hat uns den Esser da weggeklappt. Endlich mal. Böser Rebano. Er muss dafür bezahlen. Ey, du bist die Nutte von uns Vieren. Ja und? War Spaß? Hallo Onkel. Piff. 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 Paff. Nein. Das war ein Ziel. Ah, Quills. Kannst doch mal sterben. Nicht für dich. Ich werde dich jagen. Ich werde dich jagen. Komm mal ran. Gabax, du wirst keinen Kill haben. Gabax, woher kommt eigentlich dein Arm? Nein. Papa Helm hat es geschafft. Aus dem tiefsten Inneren seines Gedankengangs. Oh, ich bin Sechster. Das ist gut. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Wieso peinlich? Hallo? Da sind wir zusammen. Hallo, Gereminator. Da schreibt er, schickt er mir wieder hier rein. Ist die Folge zu Ende? Ja, ich weiß nicht. Gabax, du musst du unbedingt noch üben. Okay, bis gleich. Ja, Ruhe. Stopp. Macht's gut, Leute. Glückwunsch an Gabax. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.